Einem wahrsten Sinne des Wortes herzlich willkommen zu diesem Vortrag zum Thema das Herz richtig verstehen. Wir steigen ein mit dem Jahr 1978. In diesem Jahr hat die Gesellschaft für deutsche Sprache das sogenannte Wort des Jahres begonnen herauszubringen, was die Ereignisse in dem vergangenen Jahr Deutschland bewegt hat, charakterisiert, krönt oder auch nicht krönt. Und dazu gesellte sich dann später das Unwort des Jahres und dann auch das Jugendwort des Jahres. Und so wurde 2022 das Wort Zeitenwende als das Wort des Jahres deklariert. Wir sehen an dieser Stelle ganzer Scholz, der dieses Wort hier und dort auch geprägt hat mit der sogenannten Zeitenwende. Ja, und es ist interessant, wie genau dieses Wort in unsere postmoderne Zeit passt, wo man hier und dort zu sehen bekommt, wie gering die Halbwertszeit vieler Versprechen und Aussagen von Politikern sind. Da ist zum Beispiel die Rede von der grünen Partei noch vor der Wahl, dass sie keine Waffen unterstützen wollen, Waffenlieferungen unterstützen wollen und schon ist sie an der Macht, schon gibt es einen Krieg, werden die Grünen plötzlich olivgrün und stimmen am lautesten in den Chor der Waffenlieferung mit ein. Eine Zeitenwende. Wie gebeißt diese Wort des Jahres eigentlich ist, sehen wir an dieser Stelle nochmal in Wikipedia mit diesem Eintrag, wo Wort des Jahres, Unwort des Jahres, Jugendwort des Jahres einmal vermerkt werden und wir sehen, dass Unwort des Jahres sind die sogenannten Klimaterroristen. Also das wurde hier und dort auch schon verwendet, dieses Wort und das wurde von Ihnen als Unwort des Jahres betitelt, was quasi die sogenannten Klimakleber in den Schutz nimmt und da sieht man auch, wo hier die Wurzeln dieser Organisation zu fußen scheinen. Wovon ich jetzt aber heute sprechen möchte, wenn wir von dem Thema Zeitenwende sprechen, ist das von einem bestimmten Wort, was von unterschiedlichen Kulturen zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlicher Literatur geprägt wurde, geformt wurde und bis zum heutigen Tag benutzt wird, nämlich das Beispiel des Herzens. Wir wollen uns an diesem Abend einmal vor Augen führen, wie der Begriff des Herzens durch die Geschichte verändert, geprägt wurde und an dieser Stelle wollen wir eigentlich auch eine kleine Zeitreise machen. Eine Zeitreise zur Kulturgeschichte des Herzens mit überraschenden, erschreckenden, aber auch gleichzeitig herausfordernden Erkenntnissen. Das Herz ist wohl das am meisten verwendete Sinnbild, das in der deutschen Sprache verwendet wird und auch über die Jahrhunderte, Jahrtausende geprägt wurde. Uns ist gar nicht bewusst, wie oft wir dieses Wort täglich in den Mund nehmen. Es gibt einen interessanteren Aufsatz, ein Essay mit der Überschrift Das Herz der Joker der deutschen Dichtung und das hat ein Literaturkritiker, ein polnischer Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki verfasst und ich möchte daraus mal kurz einen Abschnitt vorlesen und er sagt, er spricht von der blumigen Benutzung des Wortes Herz wie folgt Verwunderlicht ist auch, was das Herz alles vermag, denn es kann schlagen, klopfen, pochen und hämmern. Es kann zittern und flattern, aber auch schmachten und jubeln. Es kann stillstehen, aber auch aufwachen und erglühen. Es kann stocken und versagen, brechen und zerspringen. Das Herz kann sich an sehr verschiedene Orte befinden, mitunter sogar gleichzeitig. Man kann es auf der Zunge haben, aber es kann einem auch in die Hose rutschen. Es kann einem im Leibe lachen, aber sich auch im Leibe umdrehen. Man kann es auf dem rechten Fleck haben, aber auch stehlen und erobern. Man kann sich ein Herz fassen, aber auch sein Herz an jemandem hängen. Man kann seinem Herzen Luft machen und ihm einen Stoß geben. Es kann einem ein Stein vom Herzen fallen. Man kann etwas auf dem Herzen haben. Man kann die Zwietracht, zumal die Deutsche mitten ins Herz treffen. Und wenn das Herz voll ist, wie wissen es aus der Bibel, das kann der Mund übergehen. Und da man sich eine Sache mit halbem Herzen zuwenden kann, lässt es sich offenbar auch halbieren. Auch kann man jemand in seinem Herzen schließen. Ja, dort ist so viel Platz, dass sich sogar ein ganzer Chor ins Herz schließen lässt. Und weil das Herz, wie man schon im Mittelalter zu wissen glaubte, eben verschließbar ist, kann es gewisse Schwierigkeiten und auch Möglichkeiten geben, nämlich mit dem Schlüssel. Es gibt kaum ein Substantiv, so fährt er fort, dass die Menschen jedenfalls in Europa so häufig und in so vielen Verbindungen gebrauchen, wie dies eine, das Herz. Es gibt auch kaum ein Eigenschaftswort, das man nicht früher oder später mit der Vokabel Herz gekoppelt hätte. Ein Herz kann warm und weich sein, treu, traurig, klein und kalt, heiß und hart, gütig und großzügig, stolz und steinern. Kurz, es kann alles sein. Groß ist auch die Zahl der deutschen Adjektive, die aus dem Wort Herz gebildet werden. Wir sprechen von warmherzig, engherzig, hartherzig, von herzlichen, herzhaften, von herzlosen und herzgläubigen Menschen. Menschen. Soweit an dieser Stelle der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki. Und was er an dieser Stelle betont und sagt, ist die Vielseitigkeit, wie das Wort herzheut benutzt wird. Aber was genau stellen wir uns unter dem Herzen wirklich vor? Was ist das Herz? Was meint das Herz? Ist das Herz wirklich ein Symbol für nahezu alles? Geht es hier bloß um reine Rhetorik, Literatur oder eben Emotionen? Oder geht es, wie Dalai Lama einmal sagte, darum ein gutes Herz zu haben und damit verbunden die Ideologie des Humanismus zu stärken, der auf das Gute im Herzen aller Menschen baut? Unser Ziel ist es, anhand einer kleinen Zeitreise über das Herz in ein paar Epochen der Geschichte nachzudenken, einzutauchen und dabei reflektieren und untersuchen wir die jeweiligen Menschen, die unterschiedlich darüber geschrieben und gedacht haben und so auch diesen Begriff geprägt haben. Wir reflektieren dabei, was das Herz zum Letzten ist. Ist es einfach nur ein Organ, ein Symbol oder steckt da noch etwas mehr dahinter? Und weil wir Christen davon überzeugt sind, dass die Bibel Gottes Wort ist und die Heilige Schrift, die wir in der Bibel haben, ein Brief von Gott an uns Menschen ist, sind wir davon der Überzeugung, dass die Bibel uns Autorität ist, Wahrheit zu vermitteln und auch aufzuklären, was es mit dem Herzen auf sich hat. Wenn wir in die Kultur hineinschauen, Kultur ist nie neutral, Kultur ist vorbelastet. Wir brauchen einen absoluten Standard, ein absolutes Maß und diesen sind wir überzeugt, finden wir in der Bibel. Und das schreit jetzt ja geradezu nach Beweisen und diese Beweise sollen auch geliefert werden. Die Bibel ist Gottes Wort und da gibt es mehrere Gründe, warum das so ist. Die Bibel ist Gottes Wort und damit unfehlbar und da gibt es unterschiedliche Punkte, woran sich das belegen lässt. Da gibt es das innere Zeugnis der Heiligen Schrift selber. Ein paar Bibelstellen sind ja aufgelistet und so heißt es zum Beispiel im Psalm 19, Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt, es erneuert die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Und so schrieb auch einmal der Apostel Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki, dass das Wort, was er und auch andere geschrieben haben, Apostel an die Gemeinde, dass sie das nicht als Menschenwort allein aufgenommen haben, sondern als das, was es wahrhaftig war, Gottes Wort. Und wir haben neben dem inneren Zeugnis, was die Bibel selber sagt, dass sie sei, auch das äußere Zeugnis. Mit dem äußeren Zeugnis sind die Augenzeugen gemeint. Das heißt, es gibt Augenzeugen, die gesehen haben, was geschrieben steht, die damals gelebt haben und Jesus gesehen haben und das bezeugt haben. Und insofern als glaubwürdige Zeugen erfunden wurden und es versichern, dass das, was sie sagen, beschreiben und von Gott empfangen haben, stimmt. Darüber hinaus gibt es noch die sogenannte erfüllte Prophetie. Das heißt, dass jemand etwas vorhergesagt hat, ein Prophet und dass genau das genauso eingetroffen ist, wie es vorhergesagt wurde. Und da haben wir unzählige Beispiele, vor allem im Alten Testament in Daniel 9, wo zum Beispiel der Messias Jesus angekündigt wurde, gekommen ist und genau so gekommen ist, wie es beschrieben steht. Micha 5,1, dass er in Bethlehem in Ephrathal geboren wurde oder dass Jerusalem 70 nach Christus zerstört wurde, so wie Jesus es vorausgesagt hat in Lukas 21. Aber nach diesen drei Punkten, die wir genannt haben, um uns nochmal vor Augen zu führen, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass es das Innere, das Äußere Zeugnis, aber auch die erfüllte Prophetie gibt, gibt es noch einen weiteren Punkt, der als Unterstützung herangezogen werden kann, nämlich die archäologischen Funde. Insofern ist die Archäologie auch ein Indiz dafür, dass wir nachgraben können und genau das finden, was die Bibel als solches prophezeit. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, wenn die Bibel allein sagt, dass sie Gottes Wort ist, dann reicht das. Dann brauchen wir nicht eine Archäologie oder etwas anderes dafür, sondern dann reicht diese Aussage, weil die Schrift selber sich erwiesen hat und als solches die Autorität besitzt, Gottes unfehlbares Wort zu sein. Man könnte dem noch mehr hinzufügen, eine persönliche Erfahrung auf der subjektiven Ebene, weil Gott in seinem Wort sagt, wer sich auf mich verlässt, den werde ich nicht verlassen, im Psalm 9. Und jeder ist eingeladen, genau das in seinem Leben auch zu erleben. Das ist dann eine, wie man sagen würde, subjektive Erfahrung, von der man bezeugen kann. Ich möchte an dieser Stelle diese vier Dinge erstmal belassen, als einen Hinweis, als einen Beleg dafür, als eine Unterstützung dafür, nochmal etwas näher darüber zu forschen und sich mit dem Thema der Autorität der Schrift zu beschäftigen. Wir ziehen diese Autorität der Schrift jetzt heran und wir möchten in einem Fünfer-Schritt durch diese Kulturreise jetzt galoppieren. Wir fangen an mit dem biblischen Befund zum Thema des Herzens, gehen dann über zur ägyptischen Kultur, zur griechischen Kultur, zur islamischen Kultur und dann zur europäischen Kultur. Bevor wir allerdings jetzt mit dieser Kulturjagd starten, müssen wir ein bisschen biblische Munition sammeln. Was genau sagt die Bibel über das Herz? Die Bibel kennt das Herz sowohl als physiologisches, als schlagendes Herz. Aber die Bibel kennt das sehr wohl auch als eine abstrakte Bedeutung unseres Inneres, den ganzen Menschen. Genau Letzteres werden wir etwas näher unter die Lupe nehmen und die Bibel versteht unter dem hebräischen Begriff Lev oder auch Levav eben den Sitz des Willens, der Gefühle, der Gedanken. Der Bibel nach ist das Herz der Antrieb und das Zentrum des Menschen. Das klassische Beispiel dafür ist 5. Mose 6, Vers 5. Dort ist das sogenannte Schma Israel, höre Israel und dort sagt Gott, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ganzem Herzen, ganze Seele, ganze Kraft. Das sind so gesehen eigentlich Teile, die austauschbar sind an dieser Stelle und das ganze Herz meint die ganze Kraft, das ganze Herz meint aber auch mit der ganzen Seele, mit deinem ganzen Sein. Und die Bibel nimmt tatsächlich eine Kategorisierung der Herzen vor. Wir gehen zu einer sehr wichtigen und entscheidenden Stelle, Lukas 6, Vers 43, folgende, wo Jesus die sogenannte Bergpredigt hält. Er steht vor vielen Menschen in Nordisrael, hält eine Predigt und spricht hier über die zwei Arten des Herzens. Er sagt, wenn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben. So weit, so gut. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet der Mund. Dieser Vers 45 ist hier entscheidend und soll uns an dieser Stelle auch zu einem Schaubild führen, wo Lukas 6 uns vor Augen stellt, dass es eigentlich nur zwei Formen, zwei Arten des Herzens gibt. Jesus sagt, es gibt den bösen Menschen das böse Herz und Jesus sagt, es gibt den guten Menschen das gute Herz. Und das Interessante ist, dass Jesus in dieser Stelle noch weiter fortfährt und dem Herzen auch noch einen Baum zugesellt. Da ist der Baum, der schlechte Früchte bringt, das ist der böse Mensch. Und da ist der fruchtbare Baum, der Gutes hervorbringt, der gute Mensch. Und die klassische Parallelstelle im Alten Testament ist Jeremiah 17, 5 bis 8, die hier zu Lukas 6 sehr gut passt. Der gute Baum, der schlechte Baum, das gute Herz, das schlechte Herz. Wir wollen jetzt einmal ein bisschen auf Suche gehen, auf Expedition, was denn die Bibel da jetzt alles zu diesen Bereichen sagt. Und da lesen wir zum einen in unterschiedlichen Stellen, die ich hier mal herausgreifen möchte, was das böse Herz, was den bösen Menschen charakterisiert. Und so heißt es in 1. Mose 6, Vers 5 bereits schon am Anfang, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Das ist meine Diagnostik, die Gott schon so früh zur Zeit Noas vornahm. Es kam zu dem sogenannten Sündenfall, dass der Mensch, der nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde, sich von Gott losriss und wie Gott es jetzt an dieser Stelle getitelt, ein böses Herz bekommen hat. Er hat ein böses Herz. Und deshalb ist sein Dichten und Trachten, wie es Luther auch übersetzt, böse. An anderer Stelle in Römer 1, Vers 21 wird das böse Herz charakterisiert durch die Menschen, die Gott ablehnen und ein unverständliches Herz haben. Dieses Herz, sagt Paulus, wurde verfinstert. Er fährt dann später weiter in Kapitel 2, Vers 5 vom Römerbrief. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Also es ist nicht nur ein verfinstertes Herz, es ist auch ein unbußfertiges, ein verstocktes Herz. Und dann haben wir eine weitere Stelle, Jeremia 17, Vers 9 bis 10. Dort sagt Gott, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Das böse Herz wird auch als trügerisch beschrieben, dass etwas vortäuscht, etwas anderes tut. Und dann geht es weiter, wie Jesus in Matthäus 15, das charakterisiert. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Eine Parallelstelle zu Lukas 6. Und dann listet er auf, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Und das Interessante ist, Matthäus 15 steht im Kontext, wo Jesus mit den Pharisäern spricht und das böse Herz charakterisiert. Und so fährt auch einmal Stephanus, der Mettörer in Apostelgeschichte 7, in seiner Rede fort und er sagt zu seinen Adressaten, er beschreibt sie als halsstarrig und Menschen mit einem unbeschnittenen Herz. Unbeschnittenes Herz, das war im Judentum eigentlich eine Beleidigung, aber das ist hier eine Feststellung, weil seine Hörer die Wahrheit und die Botschaft von Gott abgelehnt haben und ihr Herz gegenüber Gottes Wahrheit verschlossen. Deshalb, so sagt 2. Korinther 3, Vers 15, kann das Herz auch bedeckt werden und tatsächlich bis zum heutigen Tag, so beschreibt es das Neue Testament, ist bei vielen Juden eine Decke auf dem Herzen. So oft sie Mose lesen, so oft sie sich in ihrem Judentum gefangen halten lassen und den Messias Jesus Christus nicht als ihren Retter und Erlöser anerkennen, ist ihnen sozusagen eine Decke über dem Herzen noch gelegt. Aber das Schöne ist, dass das Neue Testament sagt, dass diese Decke in Christus weggetan werden kann. Und dann haben wir nochmal diese eine wichtige Stelle, die hier nochmal den bösen Menschen das böse Herz charakterisiert, nämlich Galater 5, Vers 19 und 21. Und Achtung, wir haben vorher in Matthäus 15 davon gehört, Vers 18 bis 19, dass das Herz, das böse Herz, eben diese Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht hervorbringt. Und jetzt sagt Galater 5, Vers 19, dass das auch gleichzeitig das Werk des Fleisches ist. Und Fleisch ist hier ein Begriff, das das Neue Testament verwendet, um den gefallenen Menschen zu beschreiben, der mit seinen Gliedern danach ehrtachtet, was Gott nicht gefällt, als was ihm gefällt und diese Neigung dazu hat. Und so könnte man diese Liste jetzt auch hier mit anfügen, die sich eben mit zu Matthäus 15 gesellt, wo Paulus beschreibt, dass das Werk des Fleisches Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und so weiter und so fort ist. Wo dann Paulus weiter fortfährt, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes, nicht erben werden. Soweit die Beschreibung des bösen Herzes. Das alte als auch das neue Testament charakterisiert das böse Herz als ein rebellisches Herz. Herz, ein Herz, was verstockt, verhärtet, unbeschnitten, bedeckt, verfinstert ist und kein Gespür, keine Empfindung für Gott hat, ja nicht mal nach Gott fragt, stumpf geworden ist. Aufgrund der Sünde, die der Mensch in sich hat und auch praktiziert. Wir kommen aber an dieser Stelle zu dem wichtigen und entscheidenden Punkt, dass es Veränderung geben kann. Sowohl das alte als auch das neue Testament spricht davon, dass diese harte Diagnose, die Gott vom Anfang bis zum Schluss der Bibel dem Menschen eigentlich zustellt, den natürlichen Menschen, eine Veränderung vorgenommen werden kann an dieser Diagnose, in dem ein Austausch stattfindet. Ezekiel 36, 26 spricht davon, wie Gott selber sagt, ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euch legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Wir kommen auf diese Stelle später nochmal zu sprechen, im Kulturkontext. Und Ezekiel 36 ist sehr spannend, diese Aussage. Warum? Weil in Ezekiel 18, Vers 31 Gott Israel vorwirft und aufgrund ihrer rebellischen Haltung gegen ihn sie auffordert und sagt, Werft alle eure Treulosigkeit, die ihr verübt habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz. Dieses Verb, schafft euch ein neues Herz, das meint ein Bauen, baut euch ein neues Herz. Macht es aus euren eigenen Händen, wenn ihr es könnt. Versucht es doch mal. Und es meint letztendlich ein vergebliches Schaffen, weil der Mensch sich selbst kein gutes Herz schaffen kann. Und so sagt Psalm 51, Vers 12 in diesem Buß Psalm Davids, ein sehnsüchtiges Gebet eines Menschen, der weiß, dass er Sünde im Herzen hat. Erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von neuem meinen festen Geist in meinem Inneren. Und das Spannende ist, dass hier ein anderes Verb steht. Wenn Gott schafft, dann schafft er auf eine einzigartige Weise. Das hebräische Wort für erschaffen, was im Psalm 51, Vers 12 steht, wird einzigartig nur für Gott verwendet. Das heißt, allein Gott kann uns ein neues Herz geben. Das steinerne Herz wegnehmen und ein fleischendes Herz geben. Und darum bittet David in dem Psalm und er fährt dann später vor, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Es gibt einen Weg von diesem Toten, von diesem steinernen, von diesem bösen Herz zu einem lebendigen Herz. Und so beschreibt das Neue Testament in 2. Korinther 4, Vers 6, dass Gott, der dem Lichtgebot aus der Finsternis hervorzuleuchten, es auch in unseren Herzen Licht werden lassen kann. Durch, wie schreibt Paulus hier, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und da haben wir die Schlüsselperson. Der Einzige, der unser Herz erneuern kann, der das böse Herz von uns nehmen kann, der es austauschen kann, der es erleuchten kann, der es beschneiden kann, das ist Jesus Christus. Und deshalb steht das Kreuz im Zentrum. Deshalb ist der Herr Jesus auf diese Welt gekommen, dass er uns von unserem bösen Herz befreien möge, das sich nur um sich selbst dreht, das nicht nach Gott fragt. Und so beschreibt das Neue Testament weiter in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, und Achtung, da steht nicht, es ist alles neu geworden, sondern es steht, Neues ist geworden. Wir kommen darauf gleich nochmal zu sprechen, wenn wir jetzt das neue Herz charakterisieren. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und jetzt kommen wir zum Fundus, zum Befund dessen, was die Bibel zum guten Herz sagt, zu dem, was Jesus in Lukas 6 den guten Menschen beschreibt. Und wir stellen an dieser Stelle schon mal fest, wenn man das eigene Herz hineinschaut, beziehungsweise sein eigenes Leben kennt und ehrlich zu sich selbst ist, dann muss man dem Urteil der Bibel recht geben, dass es eigentlich gar keinen guten Mensch gibt. Von Natur aus kommt keiner als Gutmensch auf die Welt, sondern es geht nur über das Kreuz, dass wir ein neues Herz bekommen können und dass Jesus uns eine neue Identität, eine neue Kreatur werden lässt. Und so beschreibt das Neue Testament in Apostelgeschichte 15, dass das Herz durch den Glauben gereinigt werden kann, und zwar durch den Glauben an den Stellvertretertod, Jesu Christi am Kreuz, der für die Sünden, für meine Sünden, persönlich für meine am Kreuz gelitten und gestorben ist. Und so sagt dann das Neue Testament in Römer 2, Vers 29, dass wenn jemand Jesus Christus glaubt, sich vor ihm beugt, er ein beschnittenes Herz bekommt. Und dass das im Letzten auch dann die Bestimmung des Juden ist. Also Paulus sagt in Römer 2, Vers 29, dass ein Jude sein insofern zur Erfüllung bringt und das eigentlich darauf hinzieht, dass er den Messias findet und dann auch die Beschneidung am Herzen erfährt. Und dann sagt Römer 5, 5, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unser Herz ausgewossen wird, wo vorher nur der Hass gewohnt hat, kommt jetzt plötzlich die Frucht der Liebe in unser Herz. Wo vorher der Mord gewohnt hat, die Mordgedanken, kommt plötzlich das Frieden stiften, Versöhn ins Herz. Und so wird plötzlich aus diesem steinernen Herz, tja, tatsächlich ein Herz, das beschnitten werden kann. Kolosser 2, Vers 11 nimmt das nochmal auf, wo es die Beschneidung des Christus beschreibt. Das meint genau die Beschneidung des Herzens, dass Gott unseren Willen beschneidet. Und plötzlich, der Mensch, wenn er von Neuem geboren wird, wenn er ein neues Leben bekommen hat, ein Verlangen danach hat, Gott gerne zu dienen, ihn zu suchen. Und jetzt haben wir noch eine wichtige Stelle. In 2. Chronik 34, 27 wird gesagt, dass Josia, der König, der Gott suchte, ein weiches Herz hatte. Und weil er ein weiches Herz hatte, natürlicherweise einen Verlangen danach hatte, Gott zu suchen. Und Gott schreibt in 2. Chronik 34, weil dein Herz weich geworden ist, Josia, und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner hörtest, ja, weil du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe auch ich darauf gehört, spricht der Herr. Ein weiches Herz charakterisiert dieses neue Herz. Aber das Interessante ist, dass das neue Herz nicht nur beschnitten ist, nicht nur weich ist, insofern empfindlich ist für das, was Gottes Wille und Gottes Gebote sind, sondern gleichzeitig auch ein festes Herz sein kann. So sagt Jesaja 26, Vers 3, einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil es auf dich vertraut. Und warum spricht jetzt hier plötzlich die Bibel wieder vom festen Herzen? Hebräer 13, 9 gibt hier den Aufschluss. Und zwar schreibt der Hebräerbriefschreiber, lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht, nicht durch Speise von denen, die keinen Nutzen haben, die mit ihnen umgingen. Das heißt, wir sollen gegenüber Gott ein weiches Herz haben, gegenüber seinem Wort ein weiches Herz. Wir sollen uns vor seinem Wort beugen. Aber wir sollen gleichzeitig gegenüber falschen Lehren ein hartes Herz haben. Ein festes Herz, vielmehr heißt es hier. Ein festes Herz haben. Und falsche Lehre nicht in unser Herz kommen lassen. Und so beschreibt das Neue Testament in 2. Korinther 3, Vers 3 noch einmal, wie Paulus beschreibt, dass Gott durch den Heiligen Geist nicht mit Tinte, sondern durch seinen Geist nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf das fleischene Herz geschrieben hat. Und insofern uns ein Gewissen gegeben hat, was sich an Gottes Geboten orientieren möchte, was nach seinem Willen fragt, was Gott sucht. Und dieser Befund, den wir soweit jetzt schon mal einordnen können zum Neuen Testament, stellt uns vor Augen, dass es ein starker Kontrast zu dem bösen Herz ist. Dass Galater 5, Vers 22 jetzt von der Frucht des Geistes sprechen kann, dass Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung ein Trieb wird, ein Verlangen danach zu streben, das kennzeichnet das neue Herz. Und dass das eine Frucht in uns ist, ist ein Hinweis darauf, dass kein Mensch das von sich selbst aus machen kann. Das ist ein Geschenk, das Gott uns geben kann. Und es ist Gnade, wenn einer erkennt, ich habe ein hartes, ein böses Herz gegen Gott. Und er wird nach Golgatha zum Kreuz Christi geführt. Und er stellt sich unter die Herrschaft des Christus. Und die Bibel sagt, dass ein Mensch dann von neuem geboren wird und ein neues Herz bekommt. Und dass er dann plötzlich diesen Wandel erfährt. Wo dann sich dieses neue Leben durchsetzt, Stück für Stück nach außen dringen möchte. Aber es herrscht immer noch ein Kampf. Und das ist mir an dieser Stelle sehr wichtig zu sagen. Wir haben gesehen, die Quelle, woher die bösen Gedanken etc., böse Taten kommen, das böse Herz, das nach dem biblischen Befund, was wir gelesen haben, ausgetauscht wird mit einem guten Herz, wenn ein Mensch ein Christ wird. Und interessant ist jetzt, dass aber ein Christ offensichtlich immer noch dazu fähig ist, Gottes Gebote zu brechen, zu sündigen. Und jetzt fragen wir, woher kommt das dann? Kommt das aus dem guten Herzen? Paulus beschreibt in Römer 7, Vers 18, wie er darum ringt, als Christ Gottes Wort zu befolgen. Und er merkt, dass er es im Letzten nicht hundertprozentig kann. Und das bringt ihn zur Verzweiflung. Und schaut mal, was er hier sagt. Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, weil er ein neues Herz bekommen hat, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Interessant ist, dass Paulus in diesem Abschnitt von Römer 7 nicht von einem bösen Herzen spricht, sondern von dem Fleisch, das noch da ist. Und so wie der Motor, so wie der Antrieb ausgetauscht wurde, wenn einer Christ wird, wird dieser neue Motor immer noch in einen fleischernen Menschen gesetzt. In den Menschen, der immer noch aus dem Fleisch besteht und insofern immer noch den Hang zum Bösen hat. Aber er hat das Herz, das Gott ihm eingepflanzt hat, das eine Gesinnung hat, die eigentlich nach Gottes Geboten trachtet. Und so sagt Galater in Galater 5, dass es einen Kampf gibt dazwischen, oder wie Paulus es hier auch sagt. In Kapitel 7 fährt er dann weiter fort und er sagt in Vers 22, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen aufgrund des neuen Herzens. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, in meinem Fleisch, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Gehälender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, selbst der Christ hat noch mit Sünde zu kämpfen, aber er hat ein neues Herz bekommen als Anzahlung dafür, dass eines Tages auch der ganze Leib erlöst werden wird und dass dann er auch einen neuen Körper bekommen wird, wo er dann fähig sein wird, erstens nicht mehr zu sündigen und zweitens Gottes Gebote vollkommen auch zu halten. Aber das wird erst eine Ewigkeit sein und so lange gibt es noch diesen Kampf zwischen der Gesinnung des Christen und zwischen dem Fleisch. Und mir ist es wichtig, an dieser Stelle diese Gegenüberstellung mal zu machen, weil uns das in den nächsten Minuten noch weiter verfolgen wird. Wir sehen das böse Herz, wie es beschrieben wird. Wir sehen die Quelle, was das böse Herz hervorbringt, laut Matthäus 15, 18, was über das böse Herz beschrieben wird. Wir sehen den Wechsel, dass es das gute Herz nur über das Kreuz geben kann, dass der Mensch sich selber nicht erschaffen kann, ein neues Herz, ein fleischendes Herz, das beschnitten ist, das ein Gespür für Gottes Willen hat, das eine Gesinnung hat, die Christus und seinen Willen sucht und gerne auch seine Gebote erfüllen möchte, aber auch gleichzeitig merkt, dass es immer wieder damit zu kämpfen hat. Und jetzt möchten wir an dieser Stelle, nachdem wir diesen Fundus uns gesammelt haben, einen Blick in die Kultur werfen. Ich möchte noch mal ganz deutlich sagen, wenn ein Christ ein neues Herz bekommen hat, dann bedeutet das nicht, dass wir auf unser Herz hören sollen, wie man so schön sagt, in unserem Volk. Und höre auf, auf dein Herz. Nein, die Bibel sagt, dass wir auf Gottes Wort hören sollen. Und ja, dass wir ein Gewissen haben, was sich daran schärfen lässt, ein Herz, das sich daran schärfen lässt, aber es geht nicht, in uns hineinzuhorchen. Es geht darum, auf Gottes Wort zuhorchen, weil das der absolute Maßstab und die einzige Autorität für unser Leben und auch für unser Sterben ist. Wir gehen fort von dem biblischen Befund. Einen Schritt weiter haben gesehen, dass das Herz beschrieben wird mit lebendig und tot und gucken jetzt einmal in unterschiedliche Kulturen hinein und wollen einmal staunen, wie aktuell Gott jeweils in den Kulturen in die Situation hineinspricht. So die ägyptische Kultur. Ägypten, das steinerne Herz. Unsere erste Station führt uns viele Jahrtausende zurück in das antike Großreich Ägypten, hatte seinen kulturellen Höhepunkt im ersten beziehungsweise zweiten Jahrtausend vor Christus mit den vielen Pyramiden, die bis zum heutigen Tag noch ersichtlich sind, besucht werden können, auch als Weltwunder gelten. Der klassische Alltag in Ägypten war geprägt von dem Vielgötterglauben. Man sagt, bis weit über 1500 unterschiedliche Gottheiten haben die Ägypter gehabt. Und das Interessante ist, dass sie eine ausgeprägte Herzenskultur hatten. So erfahren wir, dass die Ägypter entgegengesetzt unserem heutigen Wort- oder Sprachgebrauch das harte Herz verehrten. Nicht da, wenn jemand herkommt und sagt, du bist hartherzig, dann werten wir das als negativ. In Ägypten wurde das positiv bewertet. Es gab nämlich eine Darstellung, wie wir hier sehen, was das Endgericht, das jüngste Gericht laut dem ägyptischen Verständnis beschreibt, wo nämlich das Herz gewogen wurde. Und wir kommen da jetzt gleich etwas näher darauf zu sprechen. Ich möchte zunächst auf ein Buch hinweisen, nämlich ein Buch von einem Norweger, Ole Martin Heusted, Kulturgeschichte des Herzens, von der Antike bis zur Gegenwart, was sehr interessante Ansätze hat. Er ist kein Christ, das heißt, da wird man bei weitem nicht alles unterstreichen, was er sagt, aber er hat ein paar sehr interessante Ansätze, die er aus der Kultur heraus arbeitet, wo wir jetzt gleich von der Schrift nochmal analysieren werden. Er spricht so auch von Ägypten und beschreibt, ein hartes Herz oder ein Herz aus Stein zu haben, war in der ägyptischen Kultur etwas Positives, um sich ein gutes Herz zu sichern, das am jüngsten Tag Zeugnis ablegen konnte, hatten die Ägypter einen speziellen Herzenskult entwickelt. Er reichte von der Balsamierung des Herzens bis zur Entwicklung eigener Herzenssymbole, die zum Teil bedeutende magische Funktionen hatten. Ja, das Herz war das einzige Organ, das bei der Mumifizierung wieder in den Leichnam hineingelegt wurde. Alle anderen Organe und Eingeweiden wurden in separate Gefäße gelegt und neben der Mumie im Grab platziert. Achtung, das Gehirn galt damals als unwichtig und wurde weggeworfen. Dass es so wichtig für die Ägypter war, ein hartes und kaltes Herz zu haben, rührt von der Rolle des Herzens beim Eintritt ins Jenseits. So fährt er fort zu beschreiben, als zentrales inneres Organ ist das Herz sowohl Ursache als auch Zeuge von allem, was der Mensch je in seinem Leben Gutes und Böses getan hat. So der ägyptischen Kultur nach, es weiß alles, denn es besitzt sein Gedächtnis, die Intelligenz. Deswegen wird es nach dem Tod für den Verstorbenen Zeugnis ablegen. Am jüngsten Tag ist das Herz der Gefährte des Toten und es wird an seiner Seite sein und für ihn Aussagen nicht gegen ihn, wenn es ein hartes Herz ist. Dabei wird es auf eine Waage gelegt und gegen das Symbol der Rechtsgötting Maat ausgewogen. Ergibt sich dabei ein Gleichgewicht so wird der Tote auch im jenseits im harmonischen Gleichgewicht leben. In dieser kritischen Situation war ein Steinherz ein hartes Herz natürlich von guten Nutzen im Gegensatz zu dem echten unzuverlässigen Herzen aus Fleisch und Blut und allen Bürden, die dieses in sich trug. Das harte Herz war ein Symbol der Selbstbeherrschung und des besonnenen Verhaltens. Wir halten also fest, dass die Ägypter es bevorzugten, ein hartes Herz zu haben, um in ihrem Totengericht gut wegzukommen. Sie hatten daher ein sehr unruhiges Herz und lebten in der ungewissen Hoffnung, dass im Endgericht ihr verhärtet das Herz zu ihren Gunsten Aussagen machen würde oder nicht hart genug ist. Jetzt ist interessant, dass diese ägyptische Kultur vor, wie schon gesagt, vielen tausenden Jahren so entwickelt wurde und die Menschen daran geglaubt haben und dass die Bibel auch einiges davon beschreibt aus dieser Zeit, als Israel in Ägypten war, als Israel dort versklavt wurde, Gott dann sich erweckte Mose und ihn als seinen Knecht gebrauchte, um Israel aus Ägypten herauszuführen und es dann zu diesem Clash gab. Sechsmal lesen wir im zweiten Buch Mose davon, wie Mose zum Pharao geht, im Namen Gottes und sagt, lass mein Volk ziehen. Und jetzt ist interessant, was tut Pharao? Pharao verhärtet sein Herz. Er stellt sein Herz hart. Das wurde uns insgesamt sechsmal berichtet. und von der ägyptischen Mythologie verstehen wir das jetzt auch etwas besser, weil die Ägypten meinten, so recht behalten zu können. Er stellte sein Herz hart, aber verhärtete es, um dadurch dem Gott, der Israeliten entgegen zu treten und seiner Aufforderung eben nicht zu gehorchen. Gott zählte immer wieder Mose, Aaron, um Pharao aufzufordern, sein Volk gehen zu lassen, aber Pharao verweigert sich und das ist jetzt interessant. Es heißt nämlich, dass Gott das Herz des Pharaos nach sechs Malen eigenständig verhärtet. Gott gibt ihm also die Chance umzukehren und er kehrt nicht um. Er verhärtet sein Herz. Und als Anzeichen des Gerichts wird und bleibt es verhärtet. Gott ließ die Zehn plagen und eine enorme Katastrophe auf das Antike Ägypten herbeiführen und der Pharao selbst kam mit seinem Herr dann beim Durchzug durchs Rote Meer um und ertrank. Wie bewerten wir die Kultur des großen Reich Ägyptens? Wir haben schon einige Stellen gesammelt, vorher schon in der Übersicht angeschaut. Man kann diese Übersicht übrigens auch in der Beschreibung noch runterladen und sich ausdrucken und noch mal etwas vertiefen im Studium. Ezekiel 36 26 sagt, dass Gott uns ein neues Herz geben möchte, das steinerne Herz wegnehmen möchte und uns ein fleischendes Herz geben möchte. Jetzt wissen wir, woher dieser Ausdruck des steinerne Herz kommt. Weil Israel in Ägypten gewesen ist und teilweise auch sie halsstarrig waren und Ägypten nachgeahmt haben. Gott sagt aber, ich möchte euch ein neues Herz geben. Und so beschreibt 2. Chronik 34 Josia mit seinem weichen Herz, das sich vor Gott demütigt, dass er seinen Willen fragt und das Zug gibt, das Sünde vorgelegen hat. Berea 13, 9 spricht nochmal davon, dass wir danach trachten, nicht ein hartes Herz zu bekommen, sondern ein festes Herz im Glauben. Gegenüber allen falschen Lehren und insofern dann auch ein weiches Herz für Gott und nach innen quasi zu Gott, aber nach außen fest gegenüber falschen Lehren, dass wir sie nicht aufnehmen und genau darauf führt sich im letzten Jahr noch 2. Korinther 3 zurück, dass Gott wie bei Moses schon beschrieben wird, die zehn Gebote wurden in Steinen geschrieben, der neue Bund nach Jeremia 31 und auch im Neuen Testament wird beschrieben, sagt 2. Korinther 3 3, 3, dass Gott durch seinen Geist auf Fleisch und Herzen schreibt. Deshalb so wichtig, diesen Wechsel zu bekommen, der nur über Golgatha geht. Von Ägypten gehen wir weiter, wir haben das lebendige und tote Herz vom biblischen Befund her gesehen, das steinerne Herz gesehen von ägyptischen Kultur, gucken uns jetzt einmal im nächsten Schritt die griechische Kultur an und der Wandel geht weiter, wir haben am Anfang von der Zeitenwende gesprochen, mal gucken, wie das Herz hier weiter beschrieben wird, wie der Mensch sich das Bild vor Augen malt herum, der im vierten Jahrhundert vor Christus seinen Höhepunkt hatte und ungemein große Flächen eingenommen hat in seinen Kriegen und ja Griechenland charakterisierte in seiner Antike die Mythologie genauso, auch mit vielen Gottheiten die sie hatten. Interessant ist das griechische Wort für Herz Kardia, wir kennen das Kardiogramm oder den Kardiologen, der sich mit dem Herzen beschäftigt, bis zum heutigen Tag in der Medizin wieder Herz, das Zentrum der emotionalen Lebensäußerung und tatsächlich der griechische Dichter Homer, er spricht davon, dass metaphorisch der Sitz der Gefühle im Herzen ist. Es gibt jetzt keine ausgeprägte Verehrung des Herzens im Griechentum, aber wir finden, tja, das kaltblütige Herz, die Griechen, die keine schwächen Zeiten durften, in ihrer mythologischen Figur des Achilles dargestellt, aber nicht nur das den die Griechen verehrten, ja, sie verehrten einen Gott, den sie Eros nannten als Engelwesen, der mit einem Pfeil und Bogen ausgestattet war und die Liebespfeile in die Herzen schoss und somit die sinnliche Leidenschaft in den Menschen heraufbeschwörte bzw. entfachte. Ja, die sexuelle Liebe zwischen Mann und Frau wurde pervertiert im Griechentum, im antiken Griechenland und in Unmoral im Letzten auch getrieben. Und ich möchte es ganz klar sagen, die sexuelle Liebe zwischen Mann und Frau war allerdings keine Erfindung von den Griechen, sondern die gab es vorher schon. Gott ist der Erfinder dieses Geschenkes. Der Gott der Bibel, der Schöpfer schuf Mann und Frau als Mann und Frau füreinander und gab die geschlechtliche Beziehung in die von ihm gegebene Grenze in den Schutzraum der Ehe. Deshalb sagt die Schrift eindeutig, dass außerehelicher Verkehr Sünde ist, falsch ist. Aus der Geschichte wissen wir, dass die Griechen gestützt durch ihren Götterglauben eine krasse sexuelle Unmoral pflegen. Von der inneren Unruhe getrieben, suchten die Griechen in ihrer Kombination aus Götterkult, Mythologie und sexueller Unreinheit das Verlangen zu stillen, ihre Herzen zur Ruhe zu bringen. Aber es war vergebens. Und Griechenland ist eben sehr stark von eben dem charakterisiert, was Francis Schäfer dann auch in seinem Buch Wie können wir denn leben beschreibt. Er beschreibt, was die großen Reiche jeweils immer aus der Antike dazu geführt haben, dass sie zum Fall gekommen sind. Und er referenziert damit verbunden auch auf Griechenland. Und er beschreibt die folgenden Worte, was diese Großreiche charakterisiert haben. Achtet mal auf, was hier steht. Die Vorliebe der Ausstellung und des Luxus. Die Kluft zwischen sehr reich und sehr arm. Hier kommt's. Die exzentrische Sexualität, die Pervertierung des Herzens. Eine groteske, wunderliche Kunst, die sich als originell ausgab und eine Begeisterung, die sich für kreativ hielt. Ein zunehmendes Verlangen, auf Kosten des Staates zu leben. Es ist doch durchaus interessant, wie diese Punkte nicht nur damals zu treffen, sondern mehr und mehr auch das heutige Deutschland Kennzeichen. Das, womit die Griechen also die Giere des Herzens zu stillen versuchten, hat ihnen im Letzten den Untergang gebracht. Gerade in unserer heutigen Zeit ist man vielen Reizen ausgesetzt, wo alles nur auf Ziel, sich selbst zu verherrlichen, zu verwirklichen, Macht zu erstreben, durch Habsucht an das zu bekommen, was das Herz zu befriedigen sucht, um besonders sexuelle Züglosigkeit auszuleben. Was sagt die Bibel aber dazu? Die Heilige Schrift sagt und charakterisiert das Herz des Menschen und sagt, dass der Mensch Acht haben soll auf sein Herz. Spriche 4,23 mehr als alles behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also wir sollen es sehr wohl behüten. Das Neue Testament spricht davon, dass wir das Herz heiligen sollen, schützen sollen. Matthäus sagt in Matthäus 5,8 wie Jesus einmal sagte, Gott möchte nämlich, dass wir ein reines Herz haben und so heißt es von Jesus selig sie die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Was heißt das? Das heißt, wenn wir hier unsere Augen und unsere Ohren vor dreckigen Dingen verschließen, wie in der Ewigkeit umso mehr zu hören und sehen bekommen. Selig ist, der ein reines Herz hat, denn Matthäus 5,8 sagt, er wird Gott schauen. Und ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen, die Heilige Schrift, Gott ist der Geber der guten Gaben und so auch der Sexualität in dem von ihm gesetzten Rahmen. Und so sagt Hohelied 3, Vers 11, das ganze Hohelied ist übrigens ein spannendes Buch zu dem Thema Ehe und so beschreibt Hohelied 3, Vers 11 den Hochzeitstag und er beschreibt den Hochzeitstag mit einem Synonym, es ist der Tag der Freude des Herzens, weil dafür im Letzten von Gott und ab dafür, ab da dann in der Ehe die Sexualität ihren Raum hat. Wie können wir unser Herz behüten? Wie können wir es reinhalten? Indem wir die Schrift studieren, indem wir uns daran ausrichten und fragen, was Gottes Wille ist, indem wir erforschen, was wir meiden sollen, bevor wir uns bewahren sollen. Das griechische Großreich ist besonders durch bedeutende Philosophen und deren Denkschulen gekennzeichnet. In jener Zeit kam es aber dann zu einer stärkeren Gewichtung des Gehirns. Und jetzt ist es interessant, dass es auch zu einer medizinischen Diskussion kam und die griechische Kultur, gerade auch mit Hippokrates, einem bekannten Arzt im griechischen Altertum zu bieten hatte. Ich habe mir einmal den Hippokrates vor Augen gestellt. Hippokrates ist insofern bekannt, weil er manche Untersuchungen zur sogenannten Angina pectoris, zum sogenannten Herzinfarkt angestrebt hat. Und das Spannende ist, dass er, obwohl es damals keine ausführliche Studien zum Blutkreislauf oder ähnliches gab, schon manche Überlegungen zu angestellt hat. Was ist der Herzinfarkt? Will ich einmal ganz kurz aufnehmen, weil das gleich wichtig ist, wenn wir einmal noch mal zu einer Bewertung oder zu einem Schmankerl vom Neuen Testament kommen. Der Herzinfarkt ist, wenn das Herz nicht mehr richtig durchblutet wird. Wir sehen ja einmal das, was dem zugrunde liegt, das ist die sogenannte koronare Herzkrankheit, eine der weit verbreiteten Todesursachen. Das ist auch eine Wohlstandskrankheit hier im Westen. Und der klinische Begriff wird eben mit einem griechischen Vokabular ausgestattet. Und hier ist Arteriosklerose, das ist ein griechischer Begriff. Sklerose ist die Verhärtung der Arterien. Und wir sehen das hier, dass der Blut im Bild 1, dass der Blutfluss eben doch super läuft, aber dann gibt es eine Verengung, eine Verhärtung in 2, 3 und 4 bis dann letztendlich dieses Lumen, dieser Durchfluss so eng ist, dass das Blut nicht mehr durchkommt und sozusagen eine Herzinsuffizienz vorliegt. Es kommt zu einem Herzinfarkt. Eine Minderdurchblutung des Herzens und das Herz erstürbt. Das finden wir schon in der Bibel beschrieben. 1. Samuel 25, 37. Als aber der Tag gekommen war und der Weinrausch von Nabal gewichen war, da berichtete ihm seine Frau diese Dinge, da erstarb sein Herz in seinem Inneren und er wurde wie ein Stein. Das ist ein Hinweis darauf, dass er wohl einen Herzinfarkt hatte. Das Neue Testament weiß ebenso von dieser Sklerose, ja Arteriosklerose im geistigen Sinne, könnte man sagen, zu berichten. Und zwar beschreibt Paulus in dieser Stelle, die wir vorhin schon mal hatten in Römer 2, Vers 5, dass der Mensch eine Verstocktheit des Herzens hatte. Hier haben wir die Herzenssklerose, aber hier zielt er nicht ab auf die physische Situation, sondern auf die geistige Situation. Das harte Herz ist gleichzeitig ein verstocktes Herz. Der Durchfluss des Lebens, was Gott geben möchte, kommt nicht durch, weil es kein Gefühl für Gott hat, weil es verhärtet ist. Und deshalb ruft das Neue Testament dazu auf, all diejenigen, die noch in ihrer Herzensrebellion gegen Gott sich auf Bäumen umzukehren und sich zu Gott zu wenden, der uns ein neues Herz geben kann, wovon wir zu Beginn schon mehrfach gehört haben. Wir gehen weiter von der ägyptischen, griechischen, kommen wir jetzt zur islamischen Kultur und wollen einmal kurz in den Islam hineinschauen, was er zum Herzen sagt. Und am letzten können wir da schon mal hinschreiben, dass es das bangende Herz ist. Wenn wir weiter in der Zeit fortschreiten, sehen wir im 7. Jahrhundert nach Christus, wie Mohammed beschrieben wird, als der Gründer des Islams. Und es ist sehr spannend, was die Überlieferung sagt, was anscheinend mit Mohammed geschehen sein soll. Ich möchte das einmal ganz kurz anführen. Nach der muslimischen Überlieferung wurde das Herz Mohammeds auf eine einzigartige Weise gereinigt und vorbereitet. Gott sandte den Engel Gabriel, der die Brust Mohammeds öffnete, um sein Herz herauszunehmen. Er reinigte es von allem Schmutz und füllte es mit Weisheit, Wissen und Glaube. Dies geschah im Alter von sechs Jahren, in den Hadithen. Lesen wir dann die folgenden Worte. Hadithen sind übrigens die, man sagt eigentlich, eine Hadith ist eine Überlieferung, Mehrzahl ist eigentlich a Hadith. Und das sind sozusagen die Überlieferungen über Mohammed, die nicht im Koran stehen, die mal häufig herangezogen werden, um den Koran auszulegen oder auch besser zu verstehen. Und als Mohammed, der Botschafter Gottes, mit anderen Jungen spielte, kam der Engel Gabriel zu ihm, packte ihn, legte ihn auf den Boden, öffnete seine Brust, nahm sein Herz heraus. Er entfernte aus ihm einen schwarzen Klumpen Blut und sagte zu Mohammed, das war der Anteil Satans in dir. Danach wusch Gabriel Mohammeds Herz in seiner goldenen Schüssel, die mit Schneewasser gefüllt war. Danach pflanzte er das Herz wieder ein und schloss die Brust Mohammeds. Seine Spielgefährten rannten weg und riefen, Mohammed ist getötet worden. Der Koran sagt in genau diesem Zusammenhang, in Surah 9, 94, Vers 1 folgende, haben wir dir nicht die Brust aufgetan und dir deine Last genommen. Wir Christen sehen weder den Koran noch die Hadith als göttliche Autorität. Aber dieser Bericht zeigt uns eine Beschreibung des Herzens, wie man meint, ähnlich auch in der Bibel zu finden. Das Herz ist unrein, muss gewaschen werden und die Überlieferung sagt, dass Mohammeds Herz mit Schnee gewaschen wurde. Das ist der größte Prophet im Islam. Und was lesen wir an dieser Stelle? Ihm wurde die Last genommen, der Anteil Satans in ihm. Wenn man den Islam studiert, dann stellt man fest, dass der Islam durch unterschiedliche Stellen davon spricht, dass der Mensch eigentlich von Natur aus neutral geboren wird und sich dann erst später irgendwie entscheidet, aber quasi einen neutralen Boden hat. Insofern ist das an dieser Stelle wichtig, weil es den Islam zentral unterscheidet von dem biblischen Befund. Der Islam sagt, Allah will euch Erleichterung schenken, der Mensch ist von Natur aus schwach. Die Bibel sagt, der Mensch ist von Natur aus gefallen, tot. Wir lesen weiter in Sahih al-Bukhari eine Überlieferung, die häufig auch herangezogen wird, um den Koran auszulegen. Dass es ein Stück Fleisch im Körper des Menschen ist, was reformiert werden muss, um dann gut zu bekommen, um dann gut zu werden. Und das ist das Herz. Es muss reformiert werden. Das Neue Testament sagt, es muss ausgetauscht werden. Es muss beschnitten werden. Es muss gereinigt werden. Ja, auch gereinigt werden, aber nicht einfach mit Schnee, mit Schneewasser. Ja, der Islam erkennt lediglich ein Fehltritt. Sünde ist im Islam ein Fehltritt. Nicht gegen Allah. Allah ist unantastbar, sondern man sündigt gegen sich selbst und verletzt sich selbst. Die Schrift sagt, dass jede Sünde ein Angriff auf Gott ist und deshalb Gott durch sein Gericht darauf handelt und jede Sünde seinen Preis hat. Der Sünde soll, ist der Tod, sagt das Neue Testament. Und diese Unruhe des Herzens, die der Islam an unterschiedlichen Stellen beschreibt, weil ein Muslim im Letzten nie eine vollkommene Gewissheit haben kann, dass er ewiges Leben hat. Es sei denn, er stirbt im Dschihad, treibt Muslime seither um. Fragen Sie mal einen Muslim. Hast du Heilsgewissheit? Weißt du, dass du in der Ewigkeit sein wirst, wenn du jetzt stirbst? Er wird ihm mit Nein antworten. Deshalb hat er ein unruhiges Herz, weil er jenseits von dem lebendigen Gott die Erfüllung sucht. Und die Bewertung davon ist eindeutig. 1. Mose 6, 5 sagt, dass der Mensch ein böses Herz hat. Iremia 4, Vers 14 sagt, wasche dein Herz rein von deiner Bosheit. Aber wir fragen, wie werden wir das hinbekommen, dass unser Herz reingewaschen wird? Nicht durch Schneewasser. Das Neue Testament sagt in 1. Johannes 1, 7, dass wir die Reinigung erfahren durch unsere Sünde, allein durch Jesus Christus, durch das Blut Jesu Christi, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und ein für alle Mal uns reinwaschen kann. Und dazu ruft die Bibel auch jeden Muslim auf, das anzuerkennen. Dass Christus der Einzige ist, der nicht nur ein Prophet ist, sondern auch gleichzeitig der Sohn Gottes ist, der unsere Herzen reinigen kann. Ja, er kann uns reinigen. Das geschieht nicht durch Schneewasser, das geschieht nicht durch Weihwasser, nicht durch die Taufe, sondern allein durch die Reinigung, durch das vergossene Blut des Sohnes Gottes, der am Kreuz für uns Sünder starb. Nur sein unschuldiges Blut kann uns ein neues Herz schaffen. Und so wenden wir uns von der ägyptischen zur griechischen, zur islamischen, am Schluss noch einmal zur europäischen Kultur und können es doch gleichzeitig auch wieder das kalte Herz nennen, was wir hier wiederfinden. Ja, man könnte hier einige Zeit verbringen, wenn man jetzt das studieren möchte, was die europäische Kultur ausmacht. Wir finden zum Beispiel in Kulturgeschichte des Herzens, in diesem Buch beschrieben, wie gesagt wird, dass gerade im Mittelalter eben die Torbatore aufkamen, mit ihren Ritterromanen und Lieder gedichtet und gesungen haben, wie hier zum Beispiel auch zu finden ist, wo es das Herz eine romantische Bedeutung bekommt. Da heißt es zum Beispiel, du bist mein, ich bin dein, dessen sollst du gewiss sein, du bist eingeschlossen in meinem Herzen, verloren ist das Schlüsselchen, du musst auch für immer darin bleiben. Vor diesem romantischen Trieb und Verständnis des Herzens kommt dann, ja, die Reformation bildet eigentlich das Ende des mittelalterlichen, der mittelalterlichen Zeit, wo Martin Luther aufsteht im Mittelalter und er gefangen ist im Katholizismus, unruhig in seinem Herzen ist, bis er zur Wahrheit vom Neuen Testament kommt und als Augustiner erkennen muss, als Augustiner Mönch erkennen muss, was Augustinus einmal sagte, wenn er sagte, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. So beschreibt Martin Luther einmal die sogenannte Lutherrose, was zu seinem Zeichen wurde, wo auch ein Herz drin ist. Ein Merkzeichen meiner Theologie. Das erste sollte sein, ein Kreuz, schwarz im Herzen, das eine natürliche Farbe hätte, damit ich mir selbst Erinnerungen gebe, dass der Glaube an den Gekreuzigten allein mich selig macht. Denn so man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Solch Herz aber soll mitten in einer weißen Rose stehend anzeigen, dass der Glaube Freude, Trost und Friede gibt. Ja, Römer 5 spricht davon, dass weil wir gerechtfertigt sind durch den Glauben, wir nun Frieden haben dürfen. Das hat Luther neu betont. Das hat Luther neu herausgearbeitet. Weg von dieser Romantisierung hin dazu, dass das Herz wieder bereit gemacht wird, Gott zu dienen. Und wir schreiten fort und könnten noch vieles andere aufnehmen. Mir ist es wichtig, an dieser Stelle nochmal auf diesen Landsmann Johann Wolfgang von Goethe einzugehen. Johann Wolfgang von Goethe als einer, der in Sturm und Dran vertrat, was inmitten der Zeit der Aufklärung sich durchbrach. Er war ein Pantheist, einer, der Gott in allem gesucht hat und im Letzten nirgendwo gefunden hat. Er suchte ihn auch im Letzten in seinem Herzen. Und so wird beschrieben, wie er diese Worte hier dichtete. Wäre nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnte es nie erblicken. Leg nicht in uns das Gottes eigene Kraft. Wie könnte uns Göttliches entzücken? Er sagt, dass Gott im Letzten in uns selber ist. Insofern ein Pantheist ist. Ja, und er schreibt in seinem prünberüchtigen Buch, Faust, wo die Gretchenfrage kommt, hier, wie hältst du es mit der Religion? Nennst Herz, Liebe, Gott. Und sieht das im Letzten alles als synonym, weil er es in sich selbst sucht. Und er schreibt ihm, Faust, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Faust ist eine Schöpfung von Goethes eigenem, rastlosen, unruhigem Herzen. Und so beschreibt Goethe einmal in einem berühmt-berüchtigten Gedicht, was in Ilmenau heute noch zugeordnet wird, auf dem Kicklhahn, dort in einer Jagdaufseherhütte, soll er das dort verfasst haben. Über den Gipfeln ist roh. In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde, warte nur, Balde, rohst du auch. Kurz vor seinem Tod, als Goethe dann zur Ewigkeit überging, wird berichtet, dass er noch einmal an diesen Ort kam, wo er dieses Gedicht gedichtet haben soll. Er wird dorthin geführt. Und dann heißt es, als er dieses Gedicht dort noch einmal sich vor Augen führen lässt, er anfängt zu weinen. Dass ihm die Tränen der Wange hinuntergehen. Ganz langsam zog er ein schneeweißes Taschentuch aus seinem dunkelbrauen Tuchrock. Trocknet sich die Tränen und sprach einen sanften, wehmütigen Ton. Ja, warte nur, Balde, ruhest du auch. Johann Wolfgang von Goethe hatte keinen Frieden gefunden. Das wissen wir, weil Goethe im letzten auch am Schluss noch einmal seine letzten Worte darin ausdrückte, dass er sich diesen Frieden so sehr wünscht in einem seiner Gedichte, in seinem Nachtlied. Was für eine traurige Bilanz seines Lebens, der Dichter, der die Leidenschaft seines Herzens in Literatur fassen wollte, hat im letzten doch keine Wohl gefunden, weil er die Herzensruhe jenseits von Gott suchte. Und so läuft nicht nur die Zeit weiter, sondern damit verbunden auch die Menschheit. Wir kommen zur Moderne. Und was für ein Bild hat der Moderne bzw. der postmoderne Mensch vom Herzen? Ja, der Mensch kann die Anatomie erfassen. Er kann das Herz genau beschreiben. Er weiß, dass es aus unterschiedlichen Kammern besteht, gibt ihnen sogar unterschiedlichen Namen, beschreibt die Mitralklappe, die Aortenklappe, ja, die Pulmonalklappe, die das Blut im letzten dann auch in Verbindung mit der Lunge setzt. Obwohl der Mensch das alles beschreiben kann und sogar sich Bilder von machen kann, wie wunderbar dieser Muskel funktioniert, versteht er das Herz doch kein Stückchen besser, wie es Gott im letzten gedacht hat. Ja, es ist ein Wunderwerk. Wir können darüber staunen, so einen Muskel zu studieren und durch die Medizin zu untersuchen, um dann auch entsprechend Hilfe zu leisten, wo es nötig ist. Ja, aber mit der Moderne ist das Herz lediglich noch zu einer Maschine geworden, das ausgetauscht werden kann. 1967 kam es zur ersten Herztransplantation, wo das Herz transplantiert wurde. Der Tod wird letztlich nur noch zu einem technischen Fehler. Ja, es geht um Organspende, wo man hier und dort aufgerufen wird und man letztendlich etwas austauschen versucht, das ewige Leben schon hier auf der Erde zu bekommen. Aber so denkt sich der Mensch im letzten, einfach nur noch, wie es Nietzsche einmal sagte, als Seil zwischen Tier und Übermensch, wo alle Technik darauf hinarbeitet, dass der Mensch zum Übermenschen kommt und das ewige Leben schon hier haben kann, schon das ewige Herz hier haben kann, aber im letzten nie bekommen wird. Man sagt, dass ab circa dem 21. Tag beim Embryo das noch rohförmige embryonale Herz schon regelmäßig zu schlagen beginnt. Mit sehr hochauflösenden Ultraschallgeräten können die kindlichen Herztöne erkannt werden und doch wird immer noch der Kindermord im Mutterleib zu Haufe in deutschen Gynäkologien durchgeführt. Das ist das kalte Herz Europas, das steinerne Herz Europas, das sich im letzten gar nicht mehr unterscheidet von Ägypten, das kalt und steinhart zugleich ist. Der Mensch fliegt hinaus in die Weite des Alls, nur um das kleinste Anzeichen von Leben zu finden. Aber er vermag nicht den Embryo, den Herzschlag eines 21 Tage alten Menschen, was sogar messbar ist, als Leben zu bezeichnen. Wie traurig ist das? Es ist schon vom ersten Tag an ein Leben, das sagt Psalm 139, kann man dort nochmal sehr spannend nachlesen. Der Westen hängt sein Herz an seinem Materialismus, an seine Toleranz, ein offenes Herz und die Voraussetzung vor Toleranz, Dialog für Fragen und Antworten, das ist der Schlüssel für die Menschheit. So schließt das Buch Kulturgeschichte des Herzens. Es geht im letzten nur Toleranz, was wir brauchen. Nein, die Schrift sagt, dass der Mensch nur dann Ruhe finden wird, wenn er ein neues Herz bekommt. Und dieses neue Herz findet er nicht in seiner Multioptionalität, findet er nicht, indem er versucht, sein Geschlecht auszutauschen und dadurch seine Identität zu finden. Nein, er findet sie nicht in der künstlichen Intelligenz. Nicht im Knopfdruck. Jeder Schluck, jeder Film, jede Serie lässt uns im Letzten trocken und durstig. Wir brauchen ein ruhiges Herz und die Ruhe des Herzens finden wir im Letzten. Tja, wir haben es gesehen, nicht in der ägyptischen Kultur, nicht in der griechischen Kultur, nicht in der islamischen Kultur und auch nicht in der europäischen Kultur, so wie sie sich zum heutigen Tag entwickelt, sondern wir finden sie allein nur in dem Mann, der am Kreuz sein Leben gelassen hat. Und schau, über Jesus Christus nachzudenken, sein Wort zu studieren, seine Biografie zu studieren. Das bereite dich vor auf die Ewigkeit, weil du ihm einmal begegnen wirst, ob du es glaubst oder nicht, ob du es willst oder nicht. Und schau, viele Menschen sind zu jung, um sich, oder sagen, sie sind zu jung, um sich damit zu beschäftigen. Sie sind zu beschäftigt und zu sorglos, als über die Ewigkeit nachzudenken. Oder sie sind zu verliebt, sind zu besorgt und dann eines Tages nicht nur zu alt, sondern auch zu kalt, um sich noch damit beschäftigen zu wollen, weil es bei Gott auch ein zu spät gibt. Und wer sein Herz verhärtet, da kann es sein, dass Gott eines Tages es auch mal verhärten wird. Und dann ist es zu spät. Gott, wo bist du dann? Heute noch, sagt die Schrift. Heute noch. Er geht die Stimme Gottes durch sein Wort an dich, dass du dich zu ihm wendest und dass du dich vor ihm beugst, seine Herrschaft über deinem Leben als Schöpfer und seinen Anspruch anerkennst und ihn darum bittest, dass er dieses neue Leben, das neue Herz in dir wirkt und damit verbunden dir auch Friede gibt. Und damit kommen wir zum Schluss, was wir brauchen. Ist Ruhe für das Herz. Und das sagt die Heilige Schrift, finden wir in Matthäus 11, Vers 28, wo der Herr Jesus einmal sagt, komm her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und jetzt kommt's. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen? Wo die Ägypter, wo die Griechen, wo unzählige Muslime nicht gesucht haben, ja wo auch Goethe nicht gesucht hat. Dann mache du es besser und suche du. Komm zum Herrn Jesus Christus. Herr Jesus Christus, Dankeschön, dass du auf Goethe hast, dein Herz brechen lassen für uns. Danke, dass du der beste Herzensspezialist bist, der weiß, wie es um unseren Herz steht, der unser Herz, wo es gebrochen ist, wieder zusammenfügen kann, der es verbindet. Danke, Herr, dass du möchtest, dass wir so zu dir kommen mit einem zerschlagenen Herzen und dass du sagst, dass du uns wieder aufrichtest und Herr, so lasst du das gelingen. Herr, wir möchten dich von ganzem Herzen darum bitten, dass du unsere Herzen, wenn sie schon neu gemacht worden sind, heiligst, dass du uns daran hilfst, sie zu bewahren und dass dieses neue Leben gegenüber dem Fleisch sich noch mehr beanbricht und dass wir dich gerne ehren, dir gerne dienen. Herr, wir möchten dich gleichzeitig bitten, für die vielen Muslime in unserem Land, die sich zu 3500 in Hamburg versammeln können und auf ihren Koran schwören und doch keinen Frieden in ihrem Herzen haben. Oh, wir bitten dich darum, dass noch viele Muslime den echten Glauben, den rettenden Glauben in Jesus Christus finden und so auch ein neues Herz bekommen. Mach uns dazu zu Boten bereit. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Und abschließend gibt es noch ein kleines Video, was zum Abspann noch einmal über das bisher gesagt und gehörte zum Nachdenken anregen soll. Gott schuf aus dem Nichts, aus der Dunkelheit und er machte alles gut. Auch dich und mich, als er Erde nahm, uns formte und seinen Geist in uns legte. Wir durften seine Gemeinschaft genießen, ein Geschenk der Freiheit, seine Liebe so nahe. Und er sagte, bebaut diesen Garten, beherrsch die Erde, du bist die Krone der Schöpfung, mein Ebenbild. Du darfst frei wählen und als Zeichen dieser Freiheit stelle ich diesen Baum in den Garten. Wenn du von ihm ist, dann entscheidest du dich gegen mich. Ich lasse dir die Wahl. Genieße meine Gegenwart, sei mein Freund. Gott schenkt uns alles, was er geschaffen hat. Doch das Böse hatte eine große Anziehungskraft. Wir aßen und uns wurde genommen. Ewigkeit, Leben, Friede, Freude. Unser einst volles Herz, es war leer. Der Schrecken eines Lebens ohne Gott umklammerte uns. Auf Licht folgte Finsternis und die Einsamkeit ersetzte seine Gegenwart. Leid, warum lässt Gott das zu? Oder sind es wir, die diese Frage zu beantworten haben? Gott beantwortete diese Frage. Es war sein letztes Wort. Mitten in die Finsternis erscheint ein großes Licht. Ein Mann, der unsere Leere füllen will. Der Wegweiser zum Kreuz. Er stellt sich gegen deine Ignoranz. Ein Herz zu füllen, dachten wir, das muss auch anders gehen. Spaß, Urlaub, Sex, Geld, Autos, Intellekt, Drogen. Unserer Fantasie sind niemals Grenzen gesetzt. Doch diese Suche nach Glück endet in der bitteren Realität eines Moments. Das ist der Schrecken deiner Welt, die dir viel bietet und wo wenig bleibt. Erinnerst du dich? Mitten in deinem Chaos schreit dieses Kreuz. Ein Mahnmal unserer Eitelkeit, unseres Stolzes, unseres Egos. Der Mensch, es schafft sich ab. Dieser Mann, Jesus Christus, kann deine Wunden nur heilen, wenn du sein Kreuz für dich in Anspruch nimmst. Er starb am Kreuz, damit wir Leben haben. Doch dieses Leben gibt es nur durch Umkehr. Komm zurück zu ihm. Komm unter sein Kreuz. Wir sind hierher, damit Christus, kann deine Wunden sein, wenn du sein Kreuz für dich in Anspruch teams. yo ho sie hier ich Amen.